In diesem Video geht es um die besten Metalldetektoren. Der Qualitätssieger in unserem Metalldetektortest geht an den Garrett Ace 200i. Der Garrett Ace 200i Metalldetektor zeichnet sich durch seine einfache Bedienung aus und ist mit 1,25 kg ein Leichtgewicht. Damit ist der Metalldetektor für die ganze Familie und auch prima für Kinder geeignet. Die moderne Technik, die robuste Konstruktion und das sportliche gelbe Design machen den Ace 200i zum beliebtesten Einstiegsdetektor. Eines der drei Suchprogramme wählen und lossondeln. Der Garrett Ace 200i gehört zur meistverkauftesten Serie unter den Einstiegsmetalldetektoren. Garrett hat der beliebtesten Serie ein Update verordnet. Der neue Ace 200i beinhaltet die neueste Technologie mit der Digital Target-ID. Im Display werden Leitzahlen von 0 bis 99 angezeigt, die den verschiedenen Metallen zuzuordnen sind. Dies hilft bei der Objektbestimmung. Mit der Arbeitsfrequenz von 6,5 kHz suchen sie mit besserer Tiefenleistung. Vier Empfindlichkeitsstufen können eingestellt werden. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Bounty Hunter Tracker 4. Der Bounty Hunter Tracker 4 Metalldetektor ist ein wahrer Schatzsuchertraum. Er ist einfach zu bedienen, leicht und extrem effizient im Einsatz. Machen Sie die Schatzsuche zu einer aufregenden Outdoor-Familienaktivität und erfüllen Sie sich Ihren Traum von der Entdeckung wertvoller Münzen, Antiquitäten, Reliquien, Schmuck, Silber, Gold und vielem mehr. Sie werden vergrabene Schätze fast überall finden, manchmal direkt unter Ihren Füßen. Der Bounty Hunter Tracker 4 Metalldetektor erkennt alle Metalle. Er detektiert durch Schmutz, Stein, Holz und Schlamm hindurch und die Spule kann sogar in Wasser getaucht werden. Schatzsuche ist das Hobby für alle. Maximieren Sie die Erkennungsstiefel mit der Empfindlichkeitskontrolle und beseitigen Sie unerwünschte Ziele mit der Diskriminierungskontrolle. Der Tracker 4 erkennt alle Arten von Metall, Eisenrelikten, Münzen und Haushaltsgegenständen bis hin zu Edelmetallen wie Silber und Gold. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Metalldetektor-Test ist der Aneken Metalldetektor. Der Metalldetektor Aneken verfügt über drei Modi. Der Vollmetallmodus identifiziert alle Arten von Metallen Eisen, Gold, Silber, Kupfer, Aluminium, Zink, Nickel. Disk-Modus verhindern Sie unerwünschte Objekte an der Erkennung. Notch-Modus verhindern Sie selektiv die Erkennung einer Kategorie innerhalb des metallischen Spektrums. Mit dem Metalldetektor können Sie nach Münzen, Artefakten, Schmuck, Gold und Silber suchen. Die Empfindlichkeit wird über zwölf Gänge eingestellt. Bei Verwendung kann er die geeignete Empfindlichkeit entsprechend der Umgebung wählen, sodass er immer die beste Empfindlichkeit beibehalten kann, nicht wie die anderen Metalldetektoren. Bewegen Sie den Detektor langsam, das Metall wird sofort erkannt, wenn sich die Spule nähert, und es zeigt automatisch die Tiefe der Sonde an. Es verwendet ein LCD-Display für eine übersichtliche Darstellung aller Arten von Informationen. Es erkennt verschiedene Metalle und erzeugt einen anderen Klang. Es hat drei verschiedene Geräusche und die Lautstärke kann beliebig eingestellt werden. Die Höhe des Anneken Metalldetektors kann so eingestellt werden, dass Sie ihn immer in der bequemsten Position verwenden können. Wasserdichte Spulen, Metalldetektoren können nach verlorenem Schmuck oder Metallgegenständen im Flachwasser suchen. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. Das Video gefallen hat und Du das Video gefallen hat und Du das Video gefallen hat.